Der Amada-Konzern hat Maschinen geschaffen, um uns zu dienen. Doch mit der Zeit wurden sie immer menschlicher. Im Geheimen mit Selbstbewusstsein und Emotionen versehen, schleusten sich diese seelenlosen Hüllen in alle Stufen der Gesellschaft ein. Es war nur ein weiterer Schritt in der Evolution. Jetzt müssen wir Menschen zusammenhalten. Irgendjemand muss sie aufhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020